Typen von Lehrern, wenn der Rettungsdienst kommt. Was ist denn? Der Rettungsdienst ist grad hier. Hier gibt's einen Notfall. Ich kann jetzt nicht. Alles gut. Er hat wirklich nur eine ganz kleine Schnittverletzung. Das muss ja keiner wissen. Ich brauche auch mal eine Pause von dem ganzen Wahnsinn hier. Hallo. Ja, guten Tag. Wir wurden gerufen. Hier, bei uns. Ja, offensichtlich. Ach so, nee. Da weiß ich gar nichts von. Ich bin auch nur die Deutschlehrerin. So, alle mal herhören. Dem Danny geht's grad nicht so gut. Er macht aber nichts. Der Rettungsdienst ist ja da. Machen jetzt trotzdem unsere Turnübungen. Und wisst ihr was? Wir tun einfach so, als wäre das ein Hindernis. Hören Sie mal, wir schreiben jetzt gleich eine Klassenarbeit. Meinst du, die kriegen Sie bis dahin wieder fit?